Bei Bankgeschäften gibt es für Senioren derzeit einiges zu beachten. Immer mehr ältere Menschen erkennen die Vorteile des Online-Bankings von zu Hause. Es ist einfach und sicher. Aber auch ohne Internetzugang ist sehr vieles möglich. Wir erledigen Bankgeschäfte für unsere Kunden gerne auch am Telefon. Da zahlt sich das Vertrauen aus, das wir über viele Jahre im persönlichen Gespräch aufgebaut haben. Diesen Servicetipp widmet Ihnen die VKB Bank.